Hi, Whisky Jason Herr, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Gooder Ham and Warts, Small Batch Canadian, Batch Number 1, Bottle Nummer 1, 0, 2, 6, 2, 45%. So, also diese Flasche hat mir schon ein paar Kopfzerbrechen bereitet, denn die ist schon merkwürdig. Marcel, vielen Dank dafür. Keine Ahnung, wie du deine Finger daran bekommen hast, dass ich ein Sample abbekommen konnte, davon finde ich absolut bombastisch. Okay, erst einmal, wenn man zu Whisky Base hingeht, schaut man, da ist auch eine Nummer und dann findet man genau eben auch Batch Number 1, da sieht man auch diese schöne Flasche dann da und da sieht man, da steht Corby Spirits & Wine Limited. So, das ist eigentlich jetzt hier einfach mal ganz klar, das ist unser Hiram, Walker, das ist in Ontario, dort, das ist kein Problem. Wir wissen auch, dass dann diese Markennamen Gooder Ham and Warts war damals in Toronto, das wurde verkauft dann an Allied Loins und auch diese Gebäude von Gooder Ham and Warts ist immer noch in der Distillery District dort in Toronto, da haben sie so eine Art Einkaufscenter daraus gemacht, denn in der 90, 1990 wurde denn diese Distillerie geschlossen. Dieser Name, dieser Markennamen ging allerdings an Pernod Richard. Und nun wird's kompliziert, denn bei Whisky Base steht da ein Blended Grain, was ich absolut so nicht gefunden habe, was ich allerdings gefunden habe, und jetzt wird's echt richtig interessant, McCormick Distilleries in Western Missouri hat das auf den Markt gebracht. Hä? Missouri? Da steht Canadian Whisky. Missouri ist da unten zwischen Texas und ich sag einfach mal Washington DC. Und das stimmt, es wurde gesourcet aus Kanada. Und was sie gemacht haben, ich habe bisher Batch Nummer 1 gefunden online, und Batch Nummer 4 habe ich online gefunden. Wo 2 und 3 abgeblieben sind, weiß ich nicht, denn da gab's immer nur jemals 10 Fässern, die zusammenkommen. Also ein Fass ist dann, sagen wir einfach mal hier, unsere 380-400 Litern, also 55 Galon, also das mal 4, da kommen wir dann auf, entschuldige nicht, 300, da kommen wir auf 200 dann ungefähr. Das heißt, man kriegt 300 Flaschen daraus aus einer. Das heißt, 3000 Flaschen gab es in Batch 1, 3000 Batch 2, 3000 Batch 3 und vom Batch 4 sind auch irgendwelche nach Europa gekommen, haben wir nochmal 3000. 3000 mal 4, das sind 12.000 Flaschen Flaschen weltweit davon. Und irgendwie habe ich ein Sample davon abbekommen. Vielen, vielen Dank nochmal da an Marcel. Allerdings, auf einer Pressemitteilung stand denn da, das war eine besondere Abfüllung, der nur ganz limitiert war, um etwas zu zeigen, etwas zu demonstrieren. Denn das ist ein No-Age-Statement. Und dadurch, dass es Small Batch war, haben sie, also jetzt hier kommen wir wieder zurück zu Corby Spirits & Wine Limited, der Hersteller, dieses Hiram Walker, die haben tatsächlich demonstriert, dass auch Kanada Small Batch machen kann. Die haben gleichzeitig das auch rausgebracht mit dem, da war ein Trio, da war Pike Creek, was ich auch schon gezeigt habe bei Canadian Whisky, also Canadian Club, auch bei den 12 Jahre alt. Das war jetzt hier mit Rum. Und es gab auch noch eine Sonderedition, sage ich mal, was auch neu auf den Markt wiederkam, Lot 40, was der Canadian Rye ist. Und das hier, dieser Gutterham & Warts, war ursprünglich auch gedacht als Beispiel für Small Batch. Warum und wieso es nicht weitergeführt wurde, fand ich online gar nichts. Allerdings, da diese Zusammenarbeit mit den McCormick Distillery dort in Western Missouri ist auch irgendwie merkwürdig komisch. Ganz wenige Menschen haben das bisher dann sozusagen verkostet und auch online was gestellt. Und auch denn da war nur eine Person, der gesagt hat, oh, ich lief durch irgendwann in meinen Laden dann dort. Und da ganz hinten habe ich eine verstaubte Flasche gefunden, das hat nur 30 Dollar gekostet. Ich habe es mitgenommen, denn ich dachte, hey, meine Schwester trinkt gerne Canadian, also Crown und wir können es mal probieren. Und dann haben sie ein paar Monate gewartet, dann kam die Schwester da vorbei und die haben gemeinsam die Flasche aufgemacht. Und er war davon absolut nur begeistert. Und die findet er nicht mehr. Er findet sie nirgendwo noch. Und er würde so gerne noch eine zweite, dritte, vierte Flasche kaufen können, denn er war davon so angetan, denn das hat ihm so gut geschmeckt. Hm. Ob es Whisky Jason so gut schmeckt, werden wir gleich sehen. Genug zur Vorgeschichte. Ach, ein letzter Satz. Letzter Satz. Guterham und Wurz haben auch etwas rausgebracht. Da findet man unheimlich viel darüber, nämlich Four Grains. Carvold hat das gemacht mit Four Grains. Sie nehmen vier verschiedene Getreidesorten und machen daraus Whisky. Und auch Guterham und Wurz haben das auch gemacht. Das ist es nicht. Das ist tatsächlich Small Batch. Und das ist Small Batch Number One. 45% No Age Statement. An der Nase riecht das relativ jung. Immer noch jung. Ein Hauch von Klebstoff sogar. Da kommt noch mehr Klebstoff durch. Hm. Okay. Das ist nicht mein Lieblings-Whisky. Nun, mein Mund muss tatsächlich was anderes denn hier sagen. Aber eine Nase erwarte ich etwas, was relativ jung ist. Eher etwas, was Mais-lastig ist. Also ich und Mellow Yellow und Mellow Corn und alles diese, auch den Balkonis mit dem Blue Corn. Also alles, was 100% Mais war bisher, ist nicht ganz so meine Welt. Und, ähm, das tendiert in diese Richtung. Vom Nase her. Ach. Lass uns sehen. Die Flasche ist cool. Das ist so ein bisschen auch dieser, ähm, dieser Word Cluster. Also die verschiedenen Begrifflichkeiten sind denn dort. Einmal rechts und links und schräg und so weiter. Und das ist echt sehr, sehr schön. Also 19, sorry, 2015 sieht das aus. Aus vom Design. Oh, lass uns sehen. Oh, das war der ähnlichen Geruch, den ich hatte bei, bei dieses 20 Jahre alte, ähm, wie heißt das nochmal? Wenn man zu Michters hingeht, der ursprüngliche Brennerei war dort in Pennsylvania. Und dort haben sie wirklich was übrig gelassen. Und das war, ach, ich komm nicht drauf. Egal. Also danach, wenn meine 20 Jahre alte, ähm, ja, war American Whisky war das. Ähm, wer denn noch eben diese Video geschaut hat, wo ich Öl auch gemacht habe, so riecht das. Ach, da kommt echt, äh, also ob man wirklich alten Fässer nochmal benutzt hat, zum dritten, vierten Mal, was in Kanada erlaubt ist. Also Amerika muss man immer bei Bourbon neuen Fässer benutzen. Und in Irland und in Schottland darf man dieses First Fill Bourbon heißt zum zweiten Mal gebraucht. Aber hier, das kommt echt da durch, als ob das Holz schon länger benutzt wurde oder noch einmal zu oft benutzt wurde. So, ich probier mal. Wow, sehr hot. 45%. Sehr viel Mais, würde ich sagen. Echt. Das, was da geschrieben ist bei Whisky Base, ein Blended Grain, würde ich echt zustimmen. Also, ich hab schon mal Grains gehabt. Auch einige sehr, sehr alten Old Particulars, also 33 und 27 und weiß weiß ich auch wie alt. Und wenn man irgendwie ein Grain Whisky in ein Fass für 20 Jahre und lässt, wird er magisch toll, meiner Meinung nach. Aber der ist ein Junge. Der ist relativ jung. Also, wow. Nicht ganz so meine Welt. Auch der Abgang ist sehr Mais, Süß, Alkohol lastig. Fast ein bisschen auch ein Haufen Menthol ist da mit da drin. Wie ein Hustenbonbon, der irgendwie da anhält. Nee. Meins ist das wirklich nicht. Schade. Du bekommst von mir eine 3 Minus heute. Also, es ist nicht so schlimm, dass es ein 4 sein muss. Der Preis war relativ schwierig zu finden hier. Also, einmal habe ich tatsächlich eine 5 CL gefunden. Und das war 10 Euro. So, wenn man das nimmt mal 14. 140 Euro. Wenn man auch nur die Hälfte davon nimmt, 70 Euro für die Flasche, also 69, das ist schon teuer für so etwas, was mir gar nicht schmeckt. Aber ich habe es echt nirgendwo gefunden. Keine Ahnung, wo Marcel das aufgetrieben hat. Vielleicht war er in Kanada, vielleicht hat er es mitgebracht. Konnte tatsächlich so eine Art Blended Grain sein. Da fehlt Holz, da fehlt Weed, da fehlt Roggen, da fehlt Gerste. Da fehlt einiges denn da. Nicht meine Welt. McCormick Distilleries in Westin, Missouri. Muss ich sagen, du hast deinen Job nicht gut gemacht. Corby Spirits & Wine Limited oben in Ontario, Windsor, Ontario. Du hast deinen Job nicht gut gemacht. Die Flasche ist cool. Und dein Marketing, nee. Auch da muss man sagen, da findet man so gut wie nichts. Es ist wie ein kleines Kind, den man eigentlich verleugnen möchte. Man hat es gemacht, ein Orphan. Aber dann sagt man, äh, nö. Und es ist, ob es irgendwie ganz anders geworden ist, als man sich vorgestellt hat. Dann hat man sich ein bisschen so davon weggedreht und sagte, nö, kenn ich nicht, will ich nicht. Also Gooderham & Warts, also dieser Name war mal absolut in, war mal genial. Aber heute, auf jeden Fall, dieses Produkt ist nicht so viel. Wer allerdings den 4-Grain hat von Gooderham & Warts und möchte mir ein Sample geben, da sage ich mal, bitte, ich bezahle sogar dafür. Das finde ich immer ganz toll, wenn man in der Community, in dieser Whisky-Fabrik, wie man immer wieder hört, auch bei Scotch-Test-Dummys, dass man dann miteinander dabei ist und sich gegenseitig hilft. Whisky Jason here, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, Abonnieren, immer wieder schauen auf meine Whisky-Sample-Liste, auch da was mitnehmen. Und auch natürlich bei Amazon vielleicht irgendwas mal mitnehmen. Da werde ich einen Link zu Canadian Whisky machen. Und da kannst du stattdessen auch einfach mal ein Schaufel oder ein neues Rasenmäher oder sonst irgendwas bestellen oder ein Buch. Und da kriege ich ein bisschen in Prozent und da kann ich auch neue Flaschenmäher damit gönnen. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Politivität Aktivität